Wir schminken jetzt dieses Make-up mit Belou-Schaum ab. Dafür nehme ich erstmal dieses Kopfteil ab. Dann die Arme und Beine. Ich hoffe, es tut nicht zu sehr weh. Ach. Doch, es tut weh. Eins ist geschafft. Machen wir weiter. Es geht einfach nicht ab. Aua. Wimpern ab. Und es kann losgehen. Das Riechen tut schon mal gut. Let's go. Das fühlt sich irgendwie richtig falsch an. Darf man das überhaupt am Auge benutzen? Ach, das brennt am Auge. Macht das auf gar keinen Fall nach. Ich hab was verschluckt. Ich wasche das jetzt mal ab. So sieht es jetzt nach dem Abwaschen aus. Ich würde Belou zum Abschminken da 6 von 10 geben. Es gibt besseres, aber auch schlechteres.